Hallo, ich sende Ihnen einen Gruß aus der Kirche am Abend. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Ein Wort aus dem Psalm, der eigentlich auch ganz gut darstellt, dass das Licht unser Leben erhellen kann. Und wie schön diese Abendstimmung hier ist in unserer Kirche mit den bunten Glasfenstern, das wollte ich Ihnen zeigen. Tagsüber kommen immer wieder mal Personen in die Kirche und zünden ein Kerzchen an, am Kerzenbaum. Auch das ist möglich, von 10 bis 18 Uhr ist unsere Kirche ja geöffnet. Und man kann hier einfach ein Licht anzünden, ein Gebet sprechen und dann die Kirche wieder verlassen. Bleiben Sie behütet, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Amen.